Du sag mal, wie spät ist es denn? In 15 Minuten geht's los. Puh. Bist du nervös? Ein bisschen. Hast du die Ringe? Natürlich hab ich sie. Wo bleiben denn Emma und Walter? Ach, die kommen bestimmt gleich. Na, hoffentlich. Ja, sicher. Walter ist doch immer so pünktlich. Hallo? Bist du fertig? Noch nicht ganz. Was? Du, die warten auf uns. Ich, ich hab aber ein Problem. Du hast ein Problem? Hans und Anna heiraten eine Viertelstunde. Wir müssen jetzt los. Walter, kommst du schnell mal drauf? Ja? Moment! Emma? Emma? Welcher Rock gefällt dir besser? Dieser oder dieser? Welcher Rock? Ist denn das so wichtig? Dieser oder dieser? Na, der da. Der? Ja, der ist doch super. Okay. Und welche Bluse magst du lieber? Diese oder diese? Welche Bluse? Du, wir müssen gehen. Diese oder diese? Na, die da. Die? Ist die wirklich besser? Hm. Ja? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange sollen wir noch warten? Wie lange noch? Wie lange noch? Wir haben doch nicht bis morgen Zeit. Welche Schuhe passen am besten? Schwarze, braune, grüne. Welche Schuhe? Du, die warten auf uns. Schwarze, braune, grüne. Na, die da. Die? Ja, die sind doch gut. Okay. Welcher Hut gefällt dir besser? Dieser oder dieser? Emma, wir müssen jetzt los. Dieser oder dieser? Nimm den da. Den? Ja, und jetzt ist Schluss. Na ja. Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange sollen wir noch warten? Wie lange noch? Wie lange noch? Wir haben doch nicht bis morgen Zeit. So, und dann fehlt mir noch ne Tasch. Wie lange noch? Jetzt muss ich noch kurz ins Bad. Wie lange noch? In zwei Minuten bin ich fertig. Wie lange noch? Wie lange noch? Wir haben doch nicht bis morgen Zeit. Wie lange noch? 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 Wir haben doch nicht bis morgen Zeit. Bis zum nächsten Mal.